Die Darkside Intro-Freunde. Eine neue Pfeife aus dem Hause Darkside und eine der ersten Darkside-Pfeifen, die es in Deutschland gibt. Die hatten ja schon mal ein paar Kooperationen, aber jetzt kommt einfach ein Hooker-Set von Darkside, wie es auf der Verpackung steht. Intro ist der Name von der 41 cm kleinen oder mittelgroßen Pfeife. Darkside sagt, sie soll 169 Euro kosten. In den ersten deutschen Shops ist sie jetzt allerdings für 230 Euro aufgetaucht. Was das an meiner Bewertung ändert, das gucken wir dann später nochmal beim Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber erstmal gehen wir die Pfeife ganz normal von oben nach unten durch. Die hat nämlich ein paar Besonderheiten. Und das Erste, was auffällt, ist, sehr untypisch für russische Pfeifen, wir haben keine Steckpfeife. Das Ganze ist ein Klickverschluss und kann also nur mit der mitgelieferten Bowl benutzt werden. Außerdem haben wir keinen Tellerschliff, so wie wir das eigentlich kennen, sondern wir können den Teller hier abnehmen. Das ist ganz praktisch, wenn man einen Kopf geraucht hat, kann man einfach den Kopf abnehmen und den Teller abnehmen. Spielt beides einmal in der Küche durch und die Pfeife ist schon wieder halbwegs einsatzbereit und sieht auch ein bisschen cleaner aus als vorher. In dem Karton kriegt ihr nicht nur die Pfeife und die Bowl, sondern auch noch einen Schlauch, der übrigens sehr flexibel ist. Also alle Leute, die auf so sehr flimsy, flexible Schläuche stehen, die werden mit dem nicht happy werden. Ich finde es ganz angenehm, ist außerdem auch noch schön leicht. Und ein Mundstück. Und bei dem Mundstück muss ich sagen, das ist ultra nice. Also da würde ich mir auch noch wünschen, dass das noch einzeln rauskommt. Ist so ein mittellanges bis langes Mundstück, müssten so ungefähr 45 Zentimeter sein. Hat hier aber noch so ein Silikongriffstück und das ist wirklich unglaublich geil. Hat einen kleinen Nachteil. Ihr seht vorne diese Verjüngung. Das bedeutet, dass man Premium-Hygienemundstücke nicht so gut drauf bekommt. Aber davon abgesehen bin ich sehr großer Fan von dem Mundstück. Das jetzt noch ein paar Zentimeter kürzer, dann wäre das maybe sogar mein neues Lieblingsmundstück. Aber egal. Das ist auf jeden Fall das Mundstück, was mit in dem Set mit drin ist. Und dann steigen wir auch einfach mit den normalen Review-Punkten ein. Da haben wir einmal Verarbeitung, Qualität und Materialien, Optik und Design. Dann der wichtigste Punkt danach, das Rauchverhalten. Wie lässt sich die Pfeife rauchen. Weil alle anderen Punkte sind egal, wenn eine Pfeife ein scheiß Rauchverhalten hat. Und danach gibt es Zusammenfassung, Fazit und Preis-Leistungs-Verhältnis. Fangen wir also an mit Verarbeitung, Qualität und Materialien. Materialien muss ich direkt dazu sagen, ich weiß es gar nicht genau. Man kann die Pfeife zwar schön zerlegen und sie hat innen auch Metallrohre, die man sich dann einzeln angucken kann. Die wirken relativ leicht und ich würde behaupten, es ist Alu. Ich habe aber bis heute leider noch keine Antwort von Darkseid darauf bekommen, ob das wirklich innen Alu ist oder ob es eine Edelstahlpfeife ist. Ich weiß es schlicht und ergreifend nicht. Außenrum ist aber jede Menge Plastik. Und da war ich am Anfang ein bisschen abgeneigt. Also wenn man hier mal gegen die Base klopft, wirkt das sehr, sehr hell und die ist tatsächlich auch hohl. Und die Rauchsäule ist nur ein Sleeve. Also es wirkt alles nicht so geisteskrank hochwertig. Und ich war erstmal ein bisschen traurig. Die Gewinde laufen aber gut. Der magnetische Schlauchanschluss funktioniert gut und hat mich nie im Stich gelassen. Ist bis jetzt auch nicht gerostet, aber lange habe ich die Pfeife ja noch nicht. Deswegen auch erstmal nur ein Ersteindruck. Abgesehen von der Sorge, dass es eine Alu-Pfeife sein könnte, hatte ich also tatsächlich beim Rauchen nirgendwo Probleme, dass irgendwas nicht so funktioniert hat, wie ich das gerne haben würde. Und viel mehr kann ich zur Verarbeitung und Qualität nicht sagen. Es funktioniert alles so, wie es funktionieren sollte. Ich kann euch aber leider noch nicht sagen, ob es ein Edelstahl- oder eine Alu-Pfeife ist. Wenn ich da ein Update habe, packe ich euch das unten in die Kommentare. Und dann kommen wir zu Optik und Design. Und so traurig ich am Anfang war, dass ich nicht wusste, ob das denn tatsächlich jetzt eine Edelstahlpfeife ist, so happy war ich aber mit dem Design. Und ich muss sagen, am Ende des Tages war es mir eigentlich fast egal, ob das jetzt eine Alu- oder eine Edelstahlpfeife ist. Und das ist auch eine etwas komische Aussage. Normalerweise ist es mir immer sehr, sehr wichtig, dass eine Pfeife aus Edelstahl ist für die Langlebigkeit. Alu kriegst du nicht so geil sauber wie eine Edelstahlpfeife. Und deswegen wäre das eben schön, wenn es Edelstahl wird. Aber, das war Liebe auf den ersten Blick. Ich finde diese komische, kleine, verformte Bowl irgendwie super cute. Ich mag, wie die Pfeife aussieht. Das ist einfach mal ein bisschen was anderes. Das ist frischer Wind im Design. Und das hat mir einfach extrem gut gefallen. Und dann kam dann noch der Blow-Off. Und der Blow-Off ist einfach geisteskrank schön. Und wo ich erst genervt war, dass die Base innen hohl ist, habe ich mir dann danach beim Blow-Off gedacht, vielleicht ist das tatsächlich auch einfach der Knackpunkt, dass der Blow-Off bei dieser Pfeife eben so massiv und so schön aussieht. Da kann sich natürlich erstmal der Rauch sammeln, der aus dem Ventil von unten kommt, und geht dann geschlossen oben aus der Öffnung der Base raus. Und wenn das wirklich so ist, und ich gehe mal davon aus, dass es so ist, dann kann ich irgendwie schon gar nicht mehr traurig sein, dass die Base innen hohl ist. Ich zeige euch den Blow-Off auch nochmal live hier beim Rauchen. Das ist einfach eine Wucht. Egal, ob du da reinballerst und entlüftest und einen massiven Blow-Off erzeugst, oder ob du ein kleines bisschen damit spielst und der Rauch dann langsam über Base und Bowl und über den Tisch läuft, das sieht beides unglaublich geil aus. Das heißt, wo ich am Anfang erst ein bisschen enttäuscht war, war ich spätestens nach ein paar Blow-Offs irgendwie Fan. Und dann haben wir noch das Rauchverhalten. Bei einer Pfeife von Darkseid, einer russischen Marke, kann man natürlich davon ausgehen, dass wir auch ein typisch russisches Rauchverhalten haben. Und das haben wir hier auch. Aber was bedeutet das? Ein typisches russisches Rauchverhalten heißt meistens wenig bis kein Diffusor, ein etwas strengerer Durchzug, der für ein Meerloch-Setup, wie ich es auch jetzt gerade rauche, wirklich perfekt ist. Da willst du ja noch ein kleines bisschen Widerstand. Und wenn du den Tabak dann extrem fluffig baust, dann nimmt die Pfeife sehr wenig vom Durchzug weg. Und deshalb kann es zum Beispiel unangenehm sein, auf einer Aeon einen super fluffig gebauten Meerlochkopf zu rauchen. Wenn du den fluffig gebauten Meerlochkopf aber dann auf einer russischen Pfeife, wie zum Beispiel der Darkseid Intro hast, dann ist das Liebe. Und das fasst eigentlich das Rauchverhalten easy peasy zusammen. Du hast mit einem fluffig gebauten Meerloch einen unglaublich angenehmen Durchzug. Das Entlüften geht nicht schwer. Also vom Rauchverhalten macht die Pfeife mich genauso glücklich, wie das auch beim Design schon war. Kommen wir also zum Fazit, zur Zusammenfassung und zum Preis-Leistungs-Verhältnis. Und da wird es ein bisschen schwer. Also bei den 169 Euro hätte ich gesagt, wer die Pfeife genauso wunderschön findet wie ich, der kann das machen. Das ist okay. 169 Euro für die Pfeife hätte ich gesagt, fair. Jetzt kam die Pfeife in die ersten Online-Shops in Deutschland und kostet 230 Euro. Und da wird es schon wirklich haarig. Da wird es schwierig. Sollte die Pfeife aus Edelstahl sein und ihr seid genauso verliebt in das Design wie ich, würde ich sagen, wenn ihr die anguckt und denkt, boah, das ist meine Traumpfeife, würde ich sagen, ist fair. Ja, 230 Euro kann man machen. Sollte sich herausstellen, das ist eine Alu-Pfeife, bei 230 Euro keine Chance. Sorry. Also 230 Euro für eine Alu-Pfeife ausgeben, nee, geht nicht, finde ich. Das ist meine Meinung. Für 169 Euro wäre mir das fast egal und ich weiß, es ist ein bisschen weird, das so zu sagen. Es wäre mir fast egal, ob das eine Alu- oder eine Edelstahlpfeife ist. Ich finde die wunderschön. Die lässt sich geil rauchen. Ich würde mir die holen. Das heißt, ob ich die Pfeife empfehle oder nicht, hängt eigentlich nur vom Preis ab. Und ansonsten müsst ihr wissen, findet ihr das Ding schön, sucht ihr eine geile russische Pfeife für ein leckeres Meerlochkopf-Setup, weil dann ist sie geil, wenn ihr sie günstig kriegt. Das ist mein Fazit zur Darkside-Intro. Das ist mein Fazit.